So Leute, heute soll es hier mal wieder um eine Aufgabe gehen. Klickt mal oben rechts auf das i, denn dort befindet sich die Playlist zu der Woche 7, falls ihr noch irgendwie Hilfe braucht zu irgendwelchen anderen Challenges. Die heutige Challenge, die ich euch zeigen werde, nennt sich Verbrauche sofort Gegenstände bei Weeping Woods oder dem Obstgarten. Wo sich diese zwei Orte befinden, werde ich euch gleich mal zeigen. Davor könnt ihr gerne ein Like da lassen und auch ein Abo da lassen. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Hier in der Nähe von Frenzy Farm wäre auch schon dann der Obstgarten, denn da vorne gibt es sehr sehr viele Äpfel. Ganz genau hier seht ihr schon 1, 2, 3, 4, 5. Wo gibt es hier noch mehr? 6, 7, 8, 9, 10. Also hier könnt ihr die Aufgabe in einem Match ganz ganz easy lösen. Das Ganze befindet sich ganz genau hier auf der Karte. Ihr könnt es hier machen oder hier. Es könnt ihr einfach entscheiden. Liegt an euch, ob ihr das Ganze hier oder hier machen möchtet. Und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Video.